ja hallo leute herzlich willkommen zu einem tutorial wie man eine ja sagen wir mal eine glastür bauen kann ja ich zeige es doch einfach mal hier drücken geht einfach durch und das sind wieder zu so ihr braucht für also ihr braucht dafür stein ein also steindruck platten pistons glas redstone fackeln und redstone so jetzt fangen wir schon an hier muss glas da wieder hier hinter waren wir zwei blick hoch und da eine so dann wollen wir hier zwei lang wartet das was ich hier auch da setzen wir hier ein repeater und mit so hier auf der seite ebenfalls ein repeater und redstone so hier drunter baut ihr jetzt so hier so verbindet das hier mit hier das gleiche das war es eigentlich schon hier bauen wir dann halt noch eben zu hier bauen wir ein glas drauf ja jetzt kann man das hier noch mit stein zu bauen also das ist jetzt nicht so wichtig aber ich finde einfach das sieht besser aus also ihr müsst es jetzt nicht nachmachen aber ich finde es halt besser dass es so aussieht so das war es eigentlich schon ach komm das ist hier noch eine decke drüber so so das war es eigentlich schon jetzt sitzen wir hier nur noch die drückplatten hin und auf der anderen seite ebenfalls und fertig ist die tür ja das könnt ihr halt auch noch in euer haus bauen oder so ihr könnt das natürlich auch hier mit stein machen geht halt mit allen blocken geht auch mit lapis erze sieht halt ganz cool aus und ja ich hoffe euch hat das video gefallen und dann bis zum nächsten tutorial tschüss tschüss